Mein Name ist Biljana Dragoset, ich verantworte den Finance-Bereich hier am Standort Stuttgart. Die Herausforderung, die wir hatten, dass wir komplett dezentral aufgestellt sind. Das bedeutet, jede Auslandsgesellschaft hat ihre eigenen Banken im jeweiligen Land. Durch die Lösung, die wir gemeinsam mit der LBBW erarbeitet haben, konnten wir dies zentralisieren. LAB ist einer der führenden Anbieter in der Kabel- und Verbindungstechnologie. Wir produzieren an 19 Standorten, unter anderem auch hier in Stuttgart. LAB ist international so aufgestellt, dass wir über 40 Vertriebsgesellschaften haben. Außerdem kooperieren wir mit rund 100 Vertriebspartnern im Ausland. Die LBBW ist eine unserer großen Hausbanken und begleitet uns schon viele Jahre mit bei vielen Themen, unter anderem natürlich auch zum Thema Cash-Management und Zahlungsverkehr. Wir haben mit der LBBW zusammen in den letzten Jahren ein zentrales Cash-Pooling für die europäischen Gesellschaften aufgebaut, was hochprofessionell läuft, hochautomatisiert läuft und uns massiv in der Cash-Planung, im Cash-Management unterstützt. Wir haben immer noch die Entscheidungsfreiheit in den Ländern, haben aber den Vorteil, dass wir ein einheitliches Pricing haben und dass die Geldströme zentralisiert sind. Mit den LBBW-Konten konnten wir die Erfahrung sammeln, dass wir sehr, sehr schnell die Konten anbinden konnten und deshalb für mehr Transparenz am Standort gesorgt haben. Wir haben seit Einführung des Cash-Managements zusammen mit der LBBW eine signifikante Reduktion der Cash-Bestände. An der Zusammenarbeit mit der LBBW schätze ich insbesondere die persönlichen Kontakte, die Nähe und darüber hinaus aber eben auch das professionelle Umsetzen und der stets gute Service. Wenn wir Themen zu besprechen haben, gibt es jederzeit die Möglichkeit, dass wir auch uns persönlich vor Ort treffen. Mein Name ist Sascha Feigl, ich bin Cash-Management-Berater bei der LBBW. Wir haben seit 1959 eine Bankverbindung mit LAPP, die natürlich über die Jahre gewachsen ist und alles, was das Thema Banking angeht, insbesondere natürlich auch im Cash-Management. Gemeinsam haben wir dann die Lösung erarbeitet, dass wir alle Konten für die ausländischen Niederlassungen im SEPA-Raum bei uns bei der LBBW führen. Die werden dann über ein Cash-Pooling zusammengeführt, sodass die Liquidität hier in Stuttgart gebündelt wird. Bereit für Neues LBBW